So Leute und damit euch ein herzliches Willkommen zurück zur Silvesterfolge von Mario Kart 8 Deluxe RageLux im Discord Part Nummero 6 Heute mit dabei sehr viele Heute mit dabei Levi, Schlingel, Justin, Tate, Paul, Hoppel, Luca und ich, euer Host Servus So Silvesterfolge, ich hab's hier schon im Discord gerade erklärt Wir haben heute nur 4 Items verfügbar Das sind einmal die Feuerblume, das Bob-Omp, oder die Bob-Oms Die Kugel-Willis und nur einen Pilz, wenn wir einen dann bekommen Ich weiß, dass ich spinne Ja, aber weißt du, dass wir alle gekickt werden für dich Ihr habt wortwörtlichen Knall Ja, wortwörtlichen Knall, das wird sehr spaßig Ich sag doch, ich sag doch Araber LP incoming So, das ist genau die Map, die sich ausgewählt hat Ja, aber, okay Mach her und ich hab hier, mach her und ich hab hier ne schöne Lampe Schon ne Gehlampe Die Leuchten Jungs, die Meta! Einfach letzter bleiben und zwei Raketen einsammeln, das ist die Meta! Geht nicht mehr, geht nicht mehr Schlingel, er soll einfach aufhören jetzt nicht zuerst Ja, wenn's nicht geht, dann geht's leider nicht Schlingel, wenn's nicht, wenn's nicht geht, dann geht's leider nicht Schlingel, wenn's nicht, wenn's nicht geht, dann geht's leider nicht Kannst du nochmal versuchen, wenn wir jetzt hier fertig sind? Ich wurde direkt mal zu Anfang einfach ausgewählt Boah, Junge Hey, 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 servus Bumm 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 Junge Bumm Das machen wir glaub ich nie wieder, oder? roller Zack Rucketode Ich hab nen Bobbombbekommen Jürge, was ist da Jo ho hohat Gott, schnell weg Nein, ich kann nicht mehr Aber alles Wach Ey, mein Kopf ist mods Ich hab zwei Pilser Drei Pilser Drei Pilser Oh, von mir hat er ein Geschenk Geschreckend Oh, lass doch den Der hat mich geboostet Jetzt bin ich abgrund unserer Ich dachte, wenn mein Kommen besser ist Ich muss nachher die andere Karte kommen aus, wenn die ich vorher hatte Oh, guck dir wieder auf Platz Nummer 5 Zieh, zieh, zieh Nein, lass mir das an Das ist jetzt noch eine Runde noch Oh Oh, scheiße Oh, ich bin's Ein Hoppel Lalalalalala Ich bin's, ein Hoppel Mach dich weh Mann, du Kick So So So, ihr Lieben, ihr seht schon Ihr seht schon, wie die Mario Kart Aufnahme hier läuft Es ist chaotisch, es ist einfach nur Oh, geil Hahahaha Jetzt bin ich Das sind drei Kugeln, wie die Hinter mir waren noch zwei Und mit mir waren's drei Nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Ich bin letzter. Ich bin letzter. Warum sind da eigentlich zwei Inklänge? Kann man das bitte einmal erklären? Ich will ihm sein Inkligen holen. Na gut, Yoshi. Das letzte Mal haben wir auch schon fünf Yoshis oder so. Hey, hörst du mich überhaupt? Ja, ich hör dich. Ok, gut. Das drehen wir nach der Aufnahme, weil ich would noch was zu privaten Thema sagen, aber nicht hier nicht hier lieber nicht hier lieber ja meine ich auch meine ich auch auch wenn es hier privat ist ist das im fucking betrug das sind wir geredet das ding hat mit mir geredet gerade eben please charge ich versuche ich versuche mich zu beherren und tape geile strecke aber wir machen lieber zufällig weil es sind ja kein loser das ist eigentlich eine gute map so ein betrug bitte bitte rede nicht mit mir die käme die käme rede nicht die käme hier die 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 lampe redet die ganze mit mir ich will aber nicht mit der lampe reden das ist eine laber lampe aber das ist das hier ist eine lampe die zeigt das ist eine lampe und auch ich kann nicht mal reden das ist eine lampe und gleichzeitig also ich habe hier nicht und die uhrzeit und die rede gerade die ganze zeit mit hier jetzt ist der leer glaube ich ich versuche mich gerade so hart zu bewärschen schafften wir heute 25 auf dem hs-counter oder die 10 auf dem n-counter ich habe die 25 bei 1.000 ja natürlich und schau zu sagen einfach das war ja man aber richtig was drauf hat schafften animationen einfach wegen der habe ich gerne so gefühlt 20 jahre das wird immer das ist schon wieder ein krack hat das wird schon wieder ein krackatauer mehr heute der krackatauer wird es gleich bei mir wenn ich schon einmal letzter werde ja weil das ist schon seit dem das ist schon seit der weihnachtsfolge so die ist ja noch nicht draußen zu dem zeitpunkt seitdem erzähle ich ja alle n-wörter und hs-wörter krackatauer 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 dann kommt das so was aus wie du indiger krackatauer krackatauer kaputt 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 und der wunderschöne die wohnen wohnen ich nicht nur also ich ich will nicht so viel bei zudeck ein schweiz schickt euch ich mach gleich den Montee alter ne ich mach ich mach den Montee ich mach gleich den alter nur Pilze Junge wie viel Montee Clips soll das noch werden oh exakt ja Rakete alter Rakete in den Arsch alter ich schieb dich direkt hier vorne in dein Arsch Nein die wuhre Enger Warren das ist ja das ist ja das ist ja fertig also ja leute es war ne schöne runde also ich glaub ich ich krieg den youtuber bonus dafür mal wieder so wie vorhin bei Party Animals Bruder da hast du wirklich youtuber bonus gehabt dir kommt der KAKA TOWER NUKA KAKWALAHA PIPI NEIN NEIN Denn die konkurrenz cesf 5ор 5or 5or noch gut ich hab grad über den 5. Platz jardin roti das mein platz Nein Bei Party Animals hatальный youtuber-Bonus hier bekommst du's aber nicht Kleines, kleines Lampen-Uhren-Update, es ist leer. Mein Fehler war es, dass ich einfach runtergesprungen bin wie ein Fallidiot. Ich hab Paul am Ende getroffen, ich... Weißt du, wie oft ich runtergesprungen bin, halt... Oh, das ist schon das dritte oder vierte Mal. Ist mir scheißegal. Na, ich will nicht so viel schneiden, es wäre wirklich mal... Es wäre wirklich mal gut, wenn ich eine Mario Kartoffnahme kriege, wo ich nichts schneiden muss. Einfach gar nichts. Weil halt da keine... Und was ist, wenn ich jeden... Und was ist, wenn ich jeden Einzel von euch fünf Euro gebe? Botti, wir sind hier nicht in Sachen, die gewünscht sind. Äh, Botti klappt nicht. Botti, ich gebe Luca schon zu viel Geld, okay? Mein Rage kann man nicht dürsten. Ohne Rage kann man einfach... Das ist... WOOOOOOH! Du hast vieles Rage zu tun. Mario time. Oh fuck, wo fliege ich hier bitte hin? Alter, nur Pilze. Nur Pilze, die kommen in meiner Welt. Nein! Der höchste Bonze Clip. Aber die mag ich vor allem, wenn ich die einbaue. Bro, Alter, weißt du, wie viele Pilze ich vorhin bekomme? Nein! Ich bin gegen die Wand gefahren. Ich bin... Ich habe... Ein... Es ist auf einmal gekommen. I Feel you! Ich bin bei dir nur Scheiße! Du D- Luka, hast du es jetzt gesagt oder hast du es jetzt nicht gesagt? Hab ich nicht gesagt. Sei froh. Es fehlt nicht. Richtig penetriert. Es wäre so einfach gebannt. Er hatte schon wieder einen Pilz. Ey, welcher Notensohn, Alter. Es war die Tropfen. Alter, legit deine... Boah, Alter, wer auch immer grad die Feuerblume ganz hinten geworfen hat, Alter. Ja, das war ich. Deine Mutter... getreten. Alter. Da kommt zwei Feuerblume von hinten. Also ich komm mit... Was ist denn das? Vielleicht kommt der Herr von hinten. Oh nein. Oh! Da kann ich doch nichts machen. Dann tess ich wieder Dricksbombe. Alter, schaut mal, wo ich wieder bin, also ich bin hier ganz hinten, Alter. Die Barriakin regelt. Und gegen... KRAKATOWA Lukas gesagt, Lukas gesagt Lukas hat es schon wieder gesagt Danke, danke Es ist die zweite Runde und ich glaube wir haben das Wort gerade schon fünfmal gehört KRAKATOWA OH KAAA Hier kommt jetzt, hier kommt jetzt Hier kommt der Billy Ich bin die Bonk, das reicht er nur Die Rakete war so lang wie Justins Schwanz Es war nur ein Millimeter Oh Ich bin noch sechs Ich war noch fünfter, das ist ein Rekord Ey Justins letzte Neuse Oh man KRAKATOWA Justins bitte, meine Fresse Einmal Nur einmal, das ist die zweite Runde Dann, ich würde schon sagen Der Endcounter, der Endcounter gehört auf fünf Der Endcounter gehört auf 15 Und keine Ahnung, der HS könnte auf 13 oder 40 15, ich werde es bis 20 machen Nein, Lukas, du machst es nicht bis 20, willst du deine Klappe Bitte Bitte Das wird seine Sache ist Warte Ja, ich glaube nur Luca teilt immer auf den Baby Ich bums deinen in den Arsch Wer ist die Missgeburt, die reingejoint ist? Ich habe keine Ahnung Logan Digga, der schaut aus wie so ein schwuler Sack wie Justin Wer Äh, Logan Gut Leute, ich würde mal sagen, wir haben heute noch ein Neujahrs Gast bei uns Wir haben eine Missgeburt dabei Warte mal, wie viel sind wir gerade? Logan Paul Logan Paul Da sind, da sind zwei Randoms reingejoint Elke hat, kann nicht das machen Stimmt, Anakin hat keine Freunde Ja, von wem sind das jetzt die Freunde Wahrscheinlich von mir, weil das meine Gruppe hier ist Kann sein oder so, ich weiß es nicht Ich kann es nicht Sorry Egal Oh Kann man es überhaupt einstellen, dass er Ach egal Ich hoffe halt nur, dass ich dich so schnell gefisste Oh my Dann haben wir heute noch zwei Special Gäste Ist mir scheißegal Ich bin schon wieder 8er, Alter KRAKKA TAUAAA Der ist f*** KRAKKA TAUAAA Würde ich es gerne mit Watts machen, aber egal Warten bekomm ich nur KRAKKA TAUAAA Warten hält sich mal deine Schnauze Das ist ein kleines bisschen Das sind zwei Doppelgeschenke und Ja, natürlich, Luca Ich würde mal sagen, beim nächsten Mal stelle ich doch die Bots ein Ich habe keine Ahnung, wer Sascha ist Oder Logan Oder kann man nicht irgendwie das Privatsche Verpiss dich so KRAKKA TAUAAA Und nicht du Das ist ein Andi wie die letzten Du meinst voll von Idioten Ich habe mich scheiß in die Fresse Wollte mich verraschen Ja, Paul, wir wollen nicht verraschen Du Dreckiger Ah Keiner gehört mir KRAKKA TAUAAA Bo Bütze, ey, ein Mal, nur ein einziges Mal Das ist der erste Also wenn das Video rauskommt Das ist der erste erste 2024 Oh, Alter, Junge Ich start gleich ein Kult, Alter, dafür KRAKKA TAUAAA KRAKKA TAUAAA Nein, 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 nein KRAKKA TAUAAA KRAKKA TAUAAA KRAKKA TAUAAA Ey, vergesst nicht, dass du Das ist was Das ist was Das ist was, was ich glaube ich nochmal neu zensieren muss Hier kommt jetzt KRAKKA TAUAAA KRAKKA TAUAAA Nur ein Mal Du kannst du das KRAKKA TAUAAA Was ist das Du ich KRAKKA TAUAAA Was führe ich, du jeden Digger, Dreckschweizer Du für Alter, ich schwimm dir, Alter KRAKKA TAUAAA Daher bin ich die Araber noch kurz gelungen Was denn? Ihr scheiß verfickten NUTTENENG Jetzt komm ich Du leid, Alter Alter, war mir die eigentlich schon wieder zuerst, Alter NAAAAAAA Warst du das Botti? Ja, das war ich, du Idiot Der einzige Depp der KRAKKA TAUAAA KRAKKA TAUAAA KRAKKA TAUAAA KRAKKA TAUAAA Ey, nein Oh nein, wa- Ich hab jetzt mal ne Ich hab jetzt mal ne Frage an euch Ist das jetzt wegen neuer so, dass ich die dritte Runde schon so viel schneiden muss? Ist es das, ist es wegen neuer schon so? Es wird scheiß, egal, das ist dein total spitzendes Weihnachtsgeschenk, bitch Ja stimmt, natürlich Mehr Arbeit Oh Gott, wir nehmen dieses Pisschen Weil Leute, ihr müsst wissen, das Video Das Video wird sogar hier noch vor Weihnachten aufgenommen Also einfach vor Heiligabend Sagen wir mal vier Ja, dein Weihnachtsgeschenk wird jetzt ab Vier Stunden vor Heiligabend Luca, das nächste Mal musst du sagen Okay, Logan is back KRAKKA TAUAAA Das, das, was ich gleich sag, ist allah hock bei ihr KRAKKA TAUAAA KRAAAA Was ist das, ist die beste Weihnachtsgeschenk dort die Pashmin, das du uns so früh aufnimmst Wenigstens die beste Rainbow Road Ist mir egal Was für die beste? Das ist die beste Rainbow Road Die von der Wii ist besser Die ist, das ist die beste KRAKKA TAUAAA Oh, in meine Fresse selbst nie muss ich zentieren, du Idiots Ich sagte, fick deine Bitch, mut dein Glas, Bachmann Fick deine Bitch, mut dein Glas, Bachmann Fick deine Bitch, mut dein Glauben Bruder Das war sehr interessant Wenn du den Araber machst, Mutti, als Bei mir den Araber machst, Alter Dann mach ich bei dir KRAKKA TAUAAA Ja, ficken KRAKKA TAUAAA Ich schicke dich allen Goul out Aber du bist Pol, also kein verfickter Russer Du bist Pol, also kein verfickter Russer Hitz, maul, du Schwanz Was soll ich da machen, den Geburtsurkunden klauen? Ich hatte ja jetzt noch Polen zu holen, Alter Na also der Pole weiß, was dir fehlt Boah, ich hab gleich auch das vom Herrn KRAKKA TAUAAA Aber so hart, als dass du ein Schwarzer rauskommst Ich glaube, ich weiß schon, dass ich nach dieser Folge hier Ey, ey, was für du musst das Wort mal mit dem sagen Ich will mich nach der Folge so unbillig auf diesem Server sein, Alter Ich glaube Schon jetzt bei mir Hoppe, verpiss ich mit deinem Fettsack Arsch, Alter Nö, Alter, Vario Kann ich auch mal, kann ich auch mal einen Kugel, Willi, bitte, bekommen? Ich bin der Aktor Und schon wieder ein Pilz in der Hand, Alter Schnauze, Hoppe, ich hab die ganze Zeit noch verpiss Ich hab auch Ich bin der Drecksrüssel, an dem ich kein Geschenk bekommen habe Hörst du dich, Alter Du hörst euch in KRAKKA TAUAAA Voll, Alter Du hörst euch in KRAKKA TAUAAA Mann, hört doch bitte auf, ey Könnt ihr euch einmal verschwinden Ich geh nur auf die Witte Oh, Alter Witte Luca Hab mir die Schuhe wieder runtergefallen? Der N-Wort-Counter ist schon mal auf den Der N-Wort-Counter muss auch über 10 sein Ja, Vince ist doch Vierter Ich geh mir die Kante, Alter 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 Ich geh mir die Kante, aber ich mit dem Kopf, Alter Ich schlach mein Kopf gegen die Kante, Alter Selbst Satan höchstpersönlich würde sagen Was ihr für'n elendigen KRAKKA TAUAAA Luca Bitte Bitte Hör auf Alter, let's shit, Alter Was mu- Was muss passieren Damit's Luca endlich mal aufhört, das N-Wort zu sagen, oder heißt Ich hab'n tot Nein Das ist mehr Comedy-Gold Ich kann das nicht tun Comedy-Gold Das ist besser als Comedy-Gold Oh, das ist das Comedy- Oh Was ist das hier? Ihr könnt es freuen Sascha ist weg Sascha ist weg Endlich, Alter, unsympathische Vater Dieser, dieser verdammte Typ, Alter Justin, das, was du nie sagen kannst, musst du ja natürlich noch mit Soundbob benutzen, ne? Das, was ich nie sagen kann, Bro Wie viel hab' ich... Du weißt... Du warst schon, dass ich einmal... Das, was du nie machen kannst, Justin Ich hab' das nicht gesagt, genau Danke, Luca, danke, dass du's gesagt hast Äh, das stimmt genau Weil du sonst zu feige wärst Zu feige, Bro Ich bin politisch korrekt Hör mit... Du politisch korrekt Justin, nein, nein Justin, Justin Justin Bitte, bitte, bitte alles Bitte alles andere Aber keine polizistischen Sachen hier Ich hab' kein Bock darauf Ich hab' kein Bock darauf Und zwar, dass du genauso auch nie eine Freunde bekommen wirst Alter, jetzt... Maul, Luca Alter Hup Ich glaube, ich muss nicht mal Maul essen Ich hab's schon dagegen zu dir Ich glaube, ich weiß auch, wieso Hoppel, äh, auch gesagt hat Ich glaube, ich kann... Hoppels Meinung sogar stimmt KAKAKA TAUAAA Du auch nicht kann verstehen, dass man dich, äh, mit Mina perfekt unter den Gulag schicken sollte KAKAKA TAUAAA Ich schwör PILZE Ein PILZ nach dem anderen, Alter Ich hab' auch noch PILZE Ich krieg' nicht mal Bob-Oms Ich bin... Ich hab' letzte Runde so auf'n Kugelwillige Ich hab' mal auf'n Kugelwillige Game bei der letzten Runde Ich war ge... Ich war... Ich krieg' ZWEI PILZE Ich hab' noch PILZE Ich hab' noch PILZE Alter, kannst du... Alter Ich hab' noch PILZE Hoppey, Hoppey, Hoppey Ich hab' nur PILZE Warum hab' ich die PILZE... Warum hab' ich die PILZE eingestift? Ich hab' schon wieder einen PILZ Jawoll! Oh nein! Einer von der kratzeste Kugelwillige hier hatte Wieso? Wieso? Wo kann ich... Wo kann ich... Wo kann ich... Wo kann ich... Na von einer kleinen Abkürzung, du Depp Müsst' du mal da oben öffnen, vielleicht siehst es dann Oh man! Oh man! Die Wunden! Warum treffe ich das? Schnucki, komm mal her Da vorne ist... Wario! Wario! Endlich! Endlich auf den sechsten Platz! Einmal! Zweimal! Wo ist Tails? Da! Zwei... Schade! Der Kugel... Ich bin auf dem Taxi! Ha! Ha! Hier ist der Ding da rein! Nehmt das! Ja genau! Schlinge! Geh nach vorne! Ja genau! Dein Gespiel! Dein Gespiel! Zwei Pilze schon wieder! Zwei Pilze! Oh geil! Ja aber was wollt ihr jetzt alle von mir? Njup! Oh scheiße! Wieder alle nach links! Sickert! Easy win! Küsst doch meinen... Seht ihr alle nach... Schaut mal wo ich bin! Schaut mal wo ich bin! Oh komm komm komm! Da wo ich bin! Der Kugel! Aua! Scheiße! Bro, schaut wo ich bin! Schön auf den ersten, Alter! Digga Schlingel! Du bist so ein... Schlingel! Du bist so ein... Schlingel! Du bist so ein Spass, ey! Das ist der Kugel! Du bist so ein Spass, ey! Du bist so ein Spass, ey! Oh so Leute! Wir können schon mal... Wir können uns schon mal für... Wir können uns schon mal für den Namen der Folge entscheiden! Wer wäre für explosive Stimmung? Wer wäre für explosive... KAKATAWAAA! Oder noch besser... Oder noch besser... Oder noch besser... Diese Folge geht... Alles aus der Kontrolle! Nein! Genauso wie deine Geburt oder was? Ja, genau! Ja, genau! Deswegen... Piep, piep, piep! Wir haben uns alle lieb! Was für lieb, Mann, Alter! Du bist gestorben für mich! Na boah! Das fängt ja schon mal gut an! Piep, piep, piep! Kann ich noch nie! Piep, 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 piep! Wie ist das, Alter? KAKATAWAAA! Oh, ey! Schipi, schipi, schabasche! Luca, bitte! Stop! Please! Hör auf! Nein! Ich... Ich lasse jemanden, wenn du laberst über Politik, Alter! Mach keinen... Mach kein politisches... Mach kein politisches Fass auf, bitte! Mach kein politisches Fass auf! auf halbfachen gelabert. Justin, Justin, Justin. Jaxon. Ja. Halt dein Maul. Ooooooh. Keine Höh... Krakatauaaa! Ich bin ein Bomme den Arsch schieben, dass du... Eine Bomme wie die hier? Es ist so scheiße, Alter. Ich hasse das. Wenn jeder gefühlt jetzt kommt, nein. Ja. Danke Luca, danke Luca. Ey. Warum muss das Spiel mich... Ich hab nix diesem Spiel angetan, Alter. Das Spiel muss mich so... Das war seine Idee. Ja, komm, warum... Warum nicht? Du hast doch alles kaputt gemacht, Alter. Danke. Was hab ich denn kaputt gemacht? Dann bekomm ich schon wieder keine Halt, wo ich die Hitbox gerührt hab. Was hab ich gesagt? Oh, shit. Luca... Krakatauaaa! Nein, das hab ich nicht gesagt! Luca, wir müssen aufpassen, wo ein Stück in den Kopf geht. Das heisst, was dir auch passt, ist nicht deine Mutter zu bumsen. Warum bin ich denn... Warum bekomme ich nur Pilze? Kann das Spiel mir einfach mal was anderes geben! Außer mit dem perfekten... Dreckspilze, Alter. Ich ver... Krakatauaaa! Alter! Du bist Schweizer! Aber Schweizer essen doch nicht so viele Pilze! Ich will... Ich... Ich koste sie gleich... Krakatauaaa! Krakatauaaa! Auti, verpiss dich! Hatsch, was zum Sinn! Paul, ich wär's hier, komm her! Krakatauaaa! Heier! Krakatauaaa! Mehr! Was willst du, Alter? Weißt du, du... Weißt du, Justin, Alter? Ich meinte nicht den Fett, die feiert, sondern eher Paul. Das hab ich gesehen, Paul! Jetzt wird dein Arsch spielen! Dein Arsch gehört mir! Nein, 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 nein! Junge, wie's einfach über waschen Teuerheit ist grade! Tschüss, danke! Ja, 100% war! Ich schwirr, Alter! Ich schwirr, Alter! Wer war der Kugel, Willi? Was war das denn? Ich schwörs, wie Minzo... Ich schwirr, dass das Video rot wird... Lass mich in Ruhe... Das Video wird nicht rot... Ich vereinen muss mit dem Gamer voll Idiot! Bruder, es wird... Darts und Edelmutter! KRAKA TAUAAA! Was ist denn... KRAKA TAUAAAA! Nein... 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 Ja! Ja! Fünfter! Wil ist es fünfter! KRAKA TAUAAA! KRAKA TAUAAA! Ich fick euch, Alter! Ich fick euch! Luka, reicht doch mal! Bin ich vor, das... Das ist die Letzte... Ich dachte, ob dein Vater bei deinem Anblick, Alter. Bin ich froh, dass die nächste Runde auch die letzte sehen. Man, Alter, könnt ihr euch nicht einfach mal ein Zimmer suchen? Ja, wer ist schuld, denn du bist? Ja, erst mal das. Ja, also es ist Mario Kart. Und ich hab euch gefeuert. Ihr habt so... Wer habt ihr nur auf die? Luca hat gesagt... Ja, ich hatte die Nega. Luca hat gesagt... Das ist eine gute Idee. Lass das mal machen. Jetzt hab ich es die Mache. Es ist falsch. Jetzt ist es so egal, wenn das Wasser... Du hast es gemacht. Ja, aber es war auch immer nicht du auf mich. Auf mich! Wir haben heute alle gar nicht mal geprayt. Geprayt today. Ich hab vorhin zu Gott gebeten, dass die Folge gut läuft. 61, mag ich eine Zahl. Wolfgang ist auf deinen Kopf geschissen. Ach, ist es schon letztes Rennen? Letztes Rennen, Alter. Ich weiß, ich bin jetzt schon letztes Rennen. Endlich, Lösung. Wollen wir morgen noch eine Folge machen? Nein, hat die Klappe, Worte, Alter. Ich bring dich um. Bruder, bring dich ernsthaft um, du Hände. KAKATOWA! Junge, hab ich... Was? Das hab ich gesehen. Ja, gut. So geht das Rennen schon mal gut aus. Ich schwör, Alter, ich bekomm wieder nur Pilze. Ja, je. Wir kommen... Alter, ich sag, das Silvester-Special, Alter. Silvester-Special kannst du in den Arsch schieben, Alter. Das ist das beste Silvester-Special, was ich jemals hatte. Hoppel, guck mal, was ich hab. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Das ist bin ich. Ich bin ich. Ja, ich bin ich. Mach das, ich mach das. Was willst du? Was willst du? Wachst du, hörst? Halt, Alter. Halt, Alter. Du, verpflichtest das Spiel. Ha, die Klappe. Er hat ihn in der Kurve rausgelassen. Ich schwör, Alter, das Spieltags ist so. Ah, weißt du was, du wolltest gefehlten. Nö. Mir sagt sich mal wieder ganz vornig fallen. Was den Noshoppel, alles gut? Paul, Alter, ich bumse deine Mutter so hart, Alter. Du kommst zum zweiten Jadibus. Ich sag, Alter Paul, ich sag, ich bumse deine Mutter so hart, Alter, dass dein zweites Gut, das kommt, Alter. Was denn? Du kannst mal hinten gucken, da kommt ein Kugel, Willi. Pilze, Pilze. Pilze. Pilze in, schieb ich mir, schieb ich mir in Nintendo's den Arsch, Alter. Doppelpilz. Ich sag dir Miyamoto, Alter, ich finde deine IP-Adresse raus, Alter. Miyamoto, wenn du dieses Video siehst, was du wahrscheinlich nicht sehen bist, ist immer scheißegal, Alter, weil dann bleibst du unauffällig. Ich finde deine IP-Adresse raus, geh zu deinem Wohnort und mach dir das, du hast meine fucking Nuke, Alter. Wenn du das fast jetzt überleben solltest. Toll. Dann steck ich dich in den... KAKA TOWER. Konsplayers. KAKA TOWER. Schau, Paul. Ey, ich hoffe, du blickst euch. KAKA TOWER. Oh, halt die Fresse, Alter, du mit deinem Tricks. Google Really, Alter. Google Really? KAKA TOWER. Du Arschloch, Digga. Oh, nein. Oh, wie ist der dritte, wie ist der dritte, wie ist der dritte, oh mein Gott, ich bin so gut drauf, Alter. Boah, Alter. Jeder mit dem Kugel wie Liebbaum. Ja, aber nein, natürlich muss ich nicht mehr die Fresse. KAKA TOWER. Ja, gut. Konzentratieren bringt es Zeit, Alter. Konzentratieren. So, Leute. So, Leute, bevor ich jetzt hier noch das nächste N-Wort und das nächste S-Wort hier in diesem verdammten Video abkriege, ich bedanke mich bei jedem einzelnen von euch fürs Zuschauen bei dieser, ey, das ist nicht die, die Items waren explosiv, sondern auch die Stimmung. Ich hab das mir überhaupt nicht so vorgestellt, dass jetzt hier alle vollkommen am Rad drehen. So, Leute, ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Zeit. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen und ich hoffe, ihr habt ein wunderbares und gesundes neues Jahr 2024. Das war's von meiner Seite. Wir sehen uns beim nächsten S-Wort kommt wieder. Bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf und ciao.